Herzlich Willkommen zurück bei... The Walking Dead Ja, ihr wisst es vielleicht aus der letzten Folge, wir wurden in einem... Ja, LKW, äh, so verschlossener LKW, wurden wir hier ins KZ gefahren. Mein K. war das KZ. Und dann haben sie uns irgendwie... Sperren sie uns draußen in so einen scheiß Zaun reinigen. Diese komische Gartenanlage war das früher. Das scheint wohl ein Einkaufszentrum zu sein hier. Und da im Außenbereich von der Gartenanlage, da... Wir werden jetzt gehalten, würde ich das mal nennen. Im zwei wahrsten Sinne des Wortes, also gehalten wie ein Stück Vieh. Und dann gibt's noch andere Leute. Einen Reggie, der führt uns allein, soll uns hier anleiten. Das ist ein ziemlich komisch erklär, eine Einnahme über die Tiere. Und dann gibt's noch einen Mike, der den Reggie gerettet hat, indem er ihm den Arm abgeschnitten hat. Und bei ihm scheint das auch geholfen zu haben. Nicht wie bei Lee. Und ich hatte den Eindruck, das hat was damit zu tun, dass es da bei Reggie viel früher gemacht wurde. Bei Lee war es wohl einfach zu spät. Und dann gibt's noch eine Frau. Die heisst auch so, die hat keinen Namen. Da steht nur eine Frau stand da, glaub ich. Und die erinnert mich ein bisschen an Maggie. Also an, äh... Wie heisst er nochmal? An einem Glänz? Ähm... Freundin von, äh... Aus der Serie von Hershel's Farm. So aussehensmäßig. Ja, und ja. Jetzt haben wir hier einen Auftrag gekriegt. Wir sollen Bären schneiden und die Zweige... die verdorrten Zweige für den Kompost. Und jetzt, die letzte Option war, hilf Sarah! Oder mach deine eigene Arbeit! Und ich würde mal sagen, so wie die da drüben rumsteht, sollte ich ihr vielleicht mal helfen. Ich glaub, die ist ziemlich durch den Wind. Hey! Here, watch me! So, schnimmel! Könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen, sehe ich da. Ja, die hat wieder Angst vor Schlägen, he? Oh, nein! Oh, da ist aber wieder... Das ist die Drecksau da! Der ganze Leiter ist hier! Ihm fehlt nur noch die rote Armbinde mit dem Hakenkreuz. Ah, Knurr! Ach, jetzt hab ich natürlich nix gemacht, ist ja klar. Wenn ich Sarah geholfen hab. Look, Bill. They're new, and me with my arm? It's just not the easy... I just have... I have one arm. Shut up, shut up. Shut the fuck up. You better have an explanation for this. And I mean now. Bill, please, just... Sounds like you're about to give me an excuse what I asked for an explanation. Sarah... She didn't understand. Dann ist Reggie schuld! We talked about this, Reggie. Didn't we? But you just don't get it, do you? Get what? I... Oh, ne arme Sau, verdammt was. Reggie and I have a... few things to talk about. Ach, jetzt kriegt der wieder Prügel, oder was? Ah, das wisst ihr doch. Diese scheisse Entscheidungen, oder? Also zu... quasi... ähm... vom Regen in die Traufe, kannst du ja hier immer nur entscheiden, oder? Jetzt kriegt der bestimmt aufs Maul, will ich wetten. What's wrong, Sarah? Das scheint wirklich... das scheint ein Eingrass zu sein Tom gewesen zu sein. Nein, nein, nein! Hey, Bill! Nein! 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 Please! Ach, du Kacke! Oh! Der killt ja hier am Laufmeter, verdammt! Jetzt weiß ich auch, warum der dringenden Arschub für die Gruppe braucht, wenn der so mit den Leuten umgeht. Klar muss man da ständig neue holen. Ihr habt's gemerkt, oder? Schmeißt da wieder jemand vom Dach, knallt wieder jemand ab. Das gibt's ja nicht hier. Verdammter Spinner. Der steht, habt ihr gesehen? Tafeln, wie kein Helm! Oh, hey! Der Hilfe kennt sich die Gebrauchheit! Hör auf zu schleimen. Ich hab andere Probleme. Genau, Carver hat Reggie getötet. Oh, ich höre sie daran ein. Ja, 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 ja. Reggie hat Fliegen gelehrt. Ja, ja, ja. Vor allem beim Erstflug oder sowas. Das ist doch kacke hier. Was, wie ein Drecksloch! Echt? Da Exit, genau. Nicht Exitus, Exit! Wird Notfall auskommen! Genau! Das ist perfekt! Da ist der andere Arsch wieder da. Management is not responsible! Habt ihr gesehen? Da die Tafeln! Ah, scheiße! Hey! That ain't your concern! Get that stuff over to them boys! Lassen sie den einfach da draussen liegen, oder was? Gibt's ja nicht. Was ist denn das jetzt, Werner? Scheiß Zaubies, oder was? Ja, klingt so. Ja, ja, klar sind das Zaubies, ich sehe es. Ah, Dreck! Jetzt mal ehrlich, das ist aber ein beschissener Zaun, wenn ihr mich fragt. Was ist mit euch wieder los? Oder was? You gonna go tail on me? I'm trying to help you. Ah, Reggie ist tot. Hör auf zu kämpfen! Ja, das ist irgendwie... Reggie ist tot. Das wird zu... Das wird zu Boden. Reggie ist tot. Carver killed him! Carver killed him! So. You sure? Who... Ah, scheiße! Wieso sein hier jetzt? Ich bin plötzlich... Ich war nur eben noch draußen! Was soll denn der Scheiß jetzt? Ah, hässliche Pratschen hier! Ja, genau! Zieh ihm das Brett über! Zieh ihm das Brett über! Hau drauf! Hau drauf! Nochmal! Hau drauf! Hau drauf! Was machst du denn, Clem? Hau doch drauf jetzt! Jetzt hau doch drauf! Die Scheiße! Ah, okay! Rüber, rüber, rüber! Ah, schau doch mal da! Besser! Halte! Um zu entkommen! Ja, ich halte! Hau da ab, du! Die Stinkpratze! Komm, kannst du denn ein bisschen schneller? Ah, scheiße! Jetzt geht's doch nicht weiter! Kacke! Was denn? Guck, 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 guck! Guuu! So, drück's weg! Genau, drück's weg! So, jetzt! Ah, super! Abgestochen! So! Ah, scheiße! Da hat's ja noch mehr von den Bissern! Da nimm's Hämmerchen! Da nimm's Hämmerchen! Da! Da nimm's! Jetzt zieh eins über! Ja, komm! Na! Auf und komm! Ach so, erst mal runter auf die Höhe bringen! Ach so! Ja, ducke! Ducke! Na, wegrennen oder was? Na, nicht! Nein! Nicht hinfallen! Wegrennen! Clem! Was machst du denn? Na, hier! Das daneben! Schrauben ziehen! Genau! Ja! Nee! Ja, drück's nicht durch die Fress! Komm! So! Ah! So! Ah, da ist noch so... Ah, scheiße! Da klingt ja noch übel aus! Quatsch! Get up! Get out of there! Come on! Make me save your ass! Jesus! Hallo, Tori! Nemo hat sich grad durchgesetzt gegen zwei Zaubees! Cracking the whip! Eintritt schwingen! Ach du Gacki! Der Zaun hält aber nix aus! Habt ihr gemerkt? Es fiel mir grad auf vorher, denn der Troy hat ne Armbrust! Und Daryl aus der Serie hat auch ne Armbrust! Könnte Troy hier Daryls Rolle übernehmen? Nein, das wollte ich euch auch noch kurz erzählen! Ich hab ja mittlerweile den Comic auch gelesen bis Band 13 mittlerweile! Ah, scheiße! Wer bist du denn jetzt wieder? Lass mich los! Lass mich los! Lass mich los! Sag auf dich! Stop! Ja, genau! Weiss ihn! Oh! Ja, muss nicht! Den Schlagern! Was machst du hier? Willkommen uns nicht zu sehen! Ja, halt ihn mal fest da! Jetzt ist Rettung! Rettung ist da! Das war's! Ich hab's nicht genug Zeit! Okay, ich hab' euch alle hier bestanden! Ich hab' euch alle bestanden, seit ihr alle geholfen! Das war's die erste Chance, dass ich jemanden mit gesprochen habe! Schau' ich! Ja, das sind alle! Okay, das haben die Gäste! Jetzt haben wir alle! Schau' ich! 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 Das ist größer! Ich habe das größer! Ich habe es schon mal gesehen! Schau' ich habe es schon mal gesehen! Aber es kommt, und es wird bald sein. Oh, oh. Warte, ich bin hier, die Eintreffen. Geht sie gut? Ich muss los! Ja, wann denn? Wann denn? Ich weiß nicht. Es ist schwer zu sagen, aber ich denke, es wird ein Wachstum, wenn es passiert. Carver? Oh, er hat nicht so etwas wie das vorhin. Es scheint gefährlich. Die ganze Situation ist gefährlich, aber, naja, wir sind jetzt in. Das ist, was wir haben. Wir brauchen nur ein Plan. Ich weiß nicht, dass du dich und... und alle. Die herauszubringen wolltest du sagen, oder? Oh, sorry, sorry. Shit. Okay, try, ich würde dich lieben. Nein, kaum. Ich brauche dich, um morgen zu treffen. Ich brauche dich, um mir eine von diesen Radios zu bekommen. Du denkst, du kannst das machen? Nur eine von diesen Walkie-Talkies. Ich brauche nur, dass ihr euch alle mit den Gärten zu erzählen. Ich habe die Regierungen herausgefunden, wenn du uns sagst, wann wir. Ja. Ich glaube, ich habe das nicht. So, woher komme ich das da leer? Natürlich mache ich das. Aha, Ladestation. Aber du verletzt dich jetzt nicht, oder? Ah, Scheiße. Da hinten, Game Corner. Habt ihr gesehen? Da hinten war ein Schild Game-Ecke. Das wäre doch was jetzt. Wie viel Zeit habe ich jetzt? Oh, jetzt ist es schon wieder weg. Puff. Ja, du bist auch Puff. Aha. Puff Papi. Puff Papi. So. Der hat vielleicht zwei Rolle. Der Doktor Troy aus Stone Market. Ah, da ist Wyatt. Da ist Wyatt. Habt ihr gesehen? Da war Wyatt. Da, da, das ist Wyatt. Ja, du hättest mal besser auf Eddie aufgepasst. Der ist nämlich, glaube ich, draufgegangen. Weil du abgehauen bist, du feige Sau. Oh. Ah, ging ja auch nicht anders. Was ist jetzt mit der wieder los? Oh, das ist die Hölle hier, diese Bude. Ah, wusste ich doch, dass das irgendwie doch dem sein Kind ist. Was war das denn? Ah, nein, Elvin. Ist der tot schon? Was ist hier los? Was soll das? Was, 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 was denn jetzt? Aber genau. Möchte ich auch wissen. Ich und ihn, wir haben Geschichte. Verstehst du? Ein paar Dinge, die wir hatten, äh, get worked out. Ich wäre nicht so beschäftigt, wenn ich dich wäre. Nicht mit dir, dass du so nahe zu dem Feuer bist. Das hat mich noch nie gekümmert. Lenk mich. Ich mache nichts anderes, als am Abgrund stehen. Schon, schon, ich weiß nicht, wie lange ich... Du bist sicher, du erzählst mir die Wahrheit, wenn du sitzt, wo du bist. Und du wirst nicht in dieser Stimme enden. Und du möchtest nicht glauben, das ist nach dem, was zuvor passiert, aber... Ich mag Reggie. Du war ein freundlicher Mann. Er hat Dinge leicht gehalten. Du brauchst Leute wie das. Ja. Es ist einfach, dass die Depression sich in den Zeiten wie dieses... Ja, dann schmeißt man sie vom Dach, oder was? Du bist ein Böder. Ich verstehe. Er musste nicht sterben. Ja, das mag ja sein, aber das war unendlich. Das ist, warum es Menschen wie uns fallen, um sie zu Sicherheit zu führen. Du verstehst? Du verstehst? Ich bin nicht wie du. Du hast recht. Ich verstehe. Kenny hätte dich getötet. Oh, hoffentlich kriege ich jetzt keine Gescheuer. Was ist das, honey? Ich wünsche, Kenny hätte dich getötet. Oh, was sind Sie da rein? Sie hat die Elefantenkojones geklemmt. Das wisst ihr. Und wir sind mehr als du denkst. In fact, ich denke, du verstehst es. Aber du bist noch nicht comfortable mit dem. Es gibt keine Chance, dass du so lange durstest. Ich verstehe es. Back in der Kabinie, du warst Angst. Aber du sahst mich direkt in den Augen. Du hast deine Nerve. Das ist das, was wir brauchen. Wenn wir durch das, die nächste Generationen muss sein, als die letzte, die uns aus dieser Zeit zu führen. Kinder wie du, raise die richtige Weise. Wie meine Kinder werden. Was ist das, wenn es nicht dein ist? Soll ich dem helfen, oder? Kommt, was passiert, wenn ich dem helfe? Vielleicht kann ich mich einschleimen. Will? Ist vielleicht das Beste, wenn wir abhauen wollen. Ja, ich bin hier. Ich sehe keine Lasi-Station. Wo ist die Lasi-Station da zu? Das Beste. Hört auf der Weg. Und er legt ein Ding in meine Tür. Gehen wir zurück nach dem Yard. Es ist almost supper-time. Es ist almost supper-time. Ja. Also ich habe gemerkt, oder? Wie der Kawa so denkt. Und ein Stück weit hat er ja recht, dass er nicht... Dass die, die, ähm... Die in Anführungszeichen die Schwachen halt die anderen gefährdet. Aber... Ach, kein Grund, die da runter zu speisen. Finde ich. Finde ich. Weil dieses Ort wird fucking Chaos, wenn das Ding hängt. Niemand wird uns keine Ahnung bezahlen. Und das ist, wenn wir gehen. Das ist unsere Öffnung. Wir müssen nur einen Weg finden, um ihn zu uns zu ziehen. Dein Freund hier möchte, uns mit Lurkers zu töten, bevor Bill es zu tun kann. Was ist es mit dir? Das ist, was es für mich ist. Du kennst, das ist nicht, was er sagt. Aber... Es ist so gefährlich. Ja, Luke hat ein Plan, genau. Vielleicht Luke könnte uns helfen. Er ist außerhalb. Er will ein Radio, um einen Augenblick auf die Garten zu halten. Danke. Das ist der Plan, den ich wähle. Du kennst über Luke? Er hat uns festgelegt, als Troy nicht zu schauen. Er hat uns seine Plan gesagt. Dann hat er mit dir gesprochen. Wenn Luke uns mit den Garten zu erzählen, wir können das benutzen, um einen guten Zeitpunkt zu entfernen. Das scheint rechtlich. Wer weiß, wann das wird sein? Tja, vielleicht sollten wir den Carver verbrüren. Genau, da sollen aber da ins Mikrofon brüllen. Ich hab die Lautspeicher gesehen. Die Scheuerung ist in Carver's Pro. Ja genau, ist sie. Die hab ich auch gesehen. Das stimmt. Das stimmt. Es ist alles kontrolliert in Bill's office. Da ist ein switch in da, da wird es auf. Wie wissen Sie das? Ich habe viele Anbieter gemacht. Ich hatte es aufgerissen. Luckily, es gab nicht viel mehr an den Zeitpunkt zu hören. Es war ziemlich laut, though. Das ist perfekt. Wir haben einfach nur in his office. Warum nicht Sie sagen etwas später? Weil es nicht mehr verändert. Das ist nicht eine Diskussion über wie es tun. Es ist eine Diskussion über ob es stupend ist. Und es ist immer stupend. Das glaube ich auch. Wir sollten Glück aufgerissen. Okay. Jetzt unsere beste Option. Wir können nicht beides genau. Warum kombinieren wir es nicht? Es ist wahrscheinlich gut für Luke, zu sagen, woher sie kommen. Du weißt was? Okay. Ich kann das hinterher kommen. Okay. So wir bekommen das Turd-Radio. Er hält uns auf dem Herd-Movement. Wir fangen die P.A. Dann können wir abhauen. Oh. Oh. Doch. Das kann klappen. Ja. Ich hab's mit Lee auch gemacht. Das hat geklappt. Doch das geht. Aber das funktioniert nicht lang. Aber es ist eklig wie es auch. Es war schweine eklig. Ja. Das ist krass. Aber es ist wirklich geklappt. Das ist wahr. Das ist krass. 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 Ja wie immer. Ich vermisse ihn. Die scheiße. Das ist krass. Ich habe auch ein Plan für das. Kommt. Ich werde deine Hilfe brauchen. Der fehlt dir. Der liegt. Echt? Das war einfach eine ober coole Sau. Der liegt. Wir brauchen nur den Wind. Sie kann nur von dort ausklappen. Dann einfach in eine der Skylights. Über die Stockruppe. Es gibt Schäden und Sachen, die du auf landen kannst. Also, du wirst wahrscheinlich nicht zu deiner Tod. Ja super. Wahrscheinlich. Ich bin nicht schwer. Ich bin nicht schwer. Komm schon. Auf und an sie. Jetzt sag ich nicht. Sieht nicht ganz stabil aus. Ja komm. Mach. 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 Das ist meine Frau. Wir müssen die Rope runternehmen. Mike? Willst du sie aufbauen? Komm schon. Ich bin die leichteste. Also. Hoppchen. Ja. Wäre nett. So. Hier. Zack. Ja. Perfekt. Jetzt hoffentlich fällt der ganze Dreck nicht runter hier. Könnte ich jetzt nämlich nicht, dass mir der Kran noch auf den Schädelfeld hier. Dir die Schädel verbetelt. Hä? Hat ein bisschen was von dort. Tau. Hat hier was Dreck ein hier. Nein. Ja. 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 Ich bin ja auch nicht. Ja. 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 Jetzt werde ich ihn noch erwischt, oder was? Oh, der sieht mich doch! Pass auf, Clem! Oh, jetzt ist der Arsch auch noch im Büro! Hau doch mal ab, du! Verdammt, der soll sich mal ein bisschen! Wie soll ich denn da runter sonst? Guck doch mal, wie die läuft, wenn er nicht will, das zum Schreien! Sieht immer so geil aus, wenn die da so rumhoppeln. Hier geht's nicht weiter, oder was? Hier kann ich auch nichts machen, oder hochgehen auch nicht, oder? Ja, wo muss ich denn jetzt hin, Verdammt? Oh, da ist doch so ein Arsch! Guck doch mal, wie klein die läuft! Hoppel, hoppel! So, hier muss noch was sein, oder? Wo ist denn hier? Hier kann ich auch nicht weiter! Aber hier geht's, okay, also gut! Ich sehe auch, da hinten ist was! Fall mir nicht in die Kiste da! Da in das Gewächsbeet, oder was es ist! Da, hier bin ich rein, genau! Hier mal reingucken erst, komm! Guck doch mal rein jetzt! Ist da was? Ah, da sind sie! Da sind sie! Okay, rein! So, jetzt holen wir uns so ein Funkgerät! Und dann nix wie raus aus diesem verdammten KZ-Tier! So, jetzt muss ich aber schneiden! Dringend wieder! Jetzt überziehe ich wieder! Nix in Gelegenheit, wenn ich schneide! Nur damit ihr es wisst! Das ist so ein Funkgerät mit Reggie! Ja! Du glaubst, Bill... Du glaubst, Bill... Du glaubst... Nja, ich dachte nur, wenn du glaubst, Bill, vielleicht... Du glaubst, dass wir vielleicht... ... spätart mit dem? Du glaubst, Bill wird ihn zurückzunehmen! Du glaubst, dass Bill es wieder zurückkommt? Du? Du? Ich weiß nicht! Die meinen uns, glaube ich. Wir sind die Erwartung. Ja. Ja. Hoffentlich kommt die jetzt nicht zurück, damit ich da noch rüber kann. Bin ich jetzt zu spät? Auf jeden Fall, ich muss schneiden, sonst muss ich halt ein Stück davor noch mal starten. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr das nächste Mal dabei sein, wenn wir uns von Wokitoki holen. Und ich hoffe mal, wir werden da nicht entdeckt. Das wäre wirklich sehr hilfreich. Ja, also bis dann. Tschüssi!